Eigentlich sollte es nicht schwer sein, seiner Liebe des Lebens zu sagen, was man fühlt. Aber eigentlich lässt es sich auch nicht beschreiben, was du mir bedeutest. Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und bedingungslose, aufrichtige Liebe sind die Dinge, die du mir Tag für Tag gibst. Bis zum nächsten Mal. 1 15 15